Darf ich vorstellen? Dieser schwarze Welpe ist Nacho. Nacho, Nalon, Naisa und Nata erblickten das Licht der Welt als Welpen einer Kettenhündin. Zum Glück konnten wir die Mutter Nicole und ihre Welpen auf die Pfötchenfarm holen. Nacho und seine Geschwister sind anfangs etwas schüchtern, tauen aber schnell auf. In ihrem Leben haben sie noch nicht viel kennengelernt und so genießen sie es, frei durchs Gehege zu laufen, Löcher zu graben und miteinander zu toben. Mittlerweile werden sie auch immer neugieriger auf die Menschen und lassen sich streicheln. Welpen typisch sind die Kleinen aufgeweckt und verspielt. Wir kennen zwar den Vater nicht, aber die Mutter misst 35 bis 40 cm, weshalb wir davon ausgehen, dass auch die Welpen keine Riesen werden. Wir suchen ein geduldiges und liebevolles Zuhause für den kleinen Nacho. Melden Sie sich für weitere Informationen gerne bei uns. Mitgefind field und 對啊 mit 2 Häusern Mitgefind Smith Mitgefind